Und das dritte Türchen öffnet sich. Willkommen zurück. Ich spiele dieses Mal mal mit Kirby. Ich habe mir schon alles ausgesucht, schon alles eingestellt. Wir nehmen mal wieder eine random Map. Pokémon Stadium. Von mir aus. Ich sag mal, eins hier erstmal vorab. Ich bin mit Kirby jetzt nicht saugut und mit Kirby fliegt auch ziemlich schnell aus dem Ring. Also, er hält nicht viel aus, sagen wir es mal so. Aber... also, vielleicht gewinne ich ja. Auf jeden Fall strenge ich mich hier an. Geht hier auf jeden Fall schon mal wieder ab. Wow. Also, bei über... bei 100% ist er eigentlich schon fast aus dem Ring. Deswegen. Sein ist so dummer an Kirby. Sonst, er kann sich immer ziemlich gut retten, weil er fliegen kann halt. Und, joa, kann sich in alle verwandeln. Hat eigentlich auch ganz gute Kombis. Und, joa. Die erste ist sogar schon mal draußen. Das bin immer nicht ich. Und der zweite, den habe ich gut rausgekickt. Nice. Jetzt ist es nur noch Ness und ich. Oh, da kann man ja, du. Dann pack ich schon. Oh! Ich mit den wenigsten Prozenten hier. Na gut, eigentlich, von dem Leben her, habe ich... Ich habe auf jeden Fall mehr... weniger Prozent als Ness, sagen wir mal so. Okay, jetzt bin ich tot. Verdammt. Wollte nicht mal zu vorlaut sein. Wow. So. Da kommt er. Verdammt. So. Am Ness getreten. Aber ich sehe das eigentlich hier ziemlich gut. So, da. Ich könnte gewinnen. Sieht ganz gut aus. So. Brenne ich die eben mal. So, treten. Ja. Und weg. Ich kümmere mich jetzt erstmal um den Ness. Gut. Schade. Es geht natürlich auf mich, weil er sauer ist. Und angepisst ist, natürlich. So. Boah, Shika hat auch schon 200 Prozent, ey. Wer Shika nicht kennt, das ist by the way. Ich spoiler mal eben. Zelda. Nur halt verkleidet. Wow. Und so. Art verwandelt, sage ich jetzt mal. Oder hat eine andere Stimme, ne. Als Zelda hat andere Fähigkeiten als Zelda. Oh, und ich zerquetsche dich jetzt. Mit 100 Kilo. Oh, und 150 Prozent. Von links geht nach rechts auf dem Bildschirm. Das ist schon übel. Ein einfacher Kick und Kirby ist tot. Also, komm mal hier. Ja, die Kiff trifft erstmal mich, genau. Ich hab schon wieder 50 Prozent, ey. Das ist nicht gut. Da und da kommt der Kirby. Boah. Die Pokémon-Arena wechselt sich auch immer. Also. Na, der ist da auch down. Bald sind wir mal einen los. Und Shika ist auch down. Ich hab alle gekillt, ey. Wow. Der wär echt beinahe schon gestorben, ey. Kann man mal sehen, wie wenig er einfach aushält. Dafür hat der schnelle Schläge. Zum Beispiel den hier. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Und. Das war's. Schade. Alle haben noch ein Leben. Mal sehen, wer zuerst stirbt. Ich hoffe mal nicht ich. Ja, das kann durchaus passieren. Was ich mal nicht. Hoffe. Oh, warte, hier geht es ja ab So, komm mal her Vielleicht zu zwei mit einem Streich Getroffen So Schade Aber ich hab wesentlich Weniger Prozente als die anderen Ja, der ist schick tot Oh, verbrennt mich die ganze Zeit So Ey, das war jetzt gemein Na, egal, muss ich mit Leben Ich wusste, dass ich mit Kevin nicht gewinnen kann War auf jeden Fall knapp Ich hätte mal eine Fähigkeit gut durchsetzen müssen Dann hätte ich es geschafft, aber Kann man nicht ändern Ich meine, ich hatte davor, glaube ich, 30% oder 50% Dann hatte er einen Kick gemacht, dann war ich tot So viel dazu Gut, das war's mal wieder Wir sehen uns dann beim... Morgen wieder Genau, und das war gutes Deutsch Bis dahin und ciao